jetzt pass mal auf die nade auf pass mal auf ich habe mich selbst die luft gejagt habt ihr die nade gesehen moin freunde was geht herzlich willkommen dritter vierter ach keine ahnung welcher tag es ist modern warfare 3 es ist ein game ich habe fun ich habe wirklich spaß dran und zu jedem neuen cod game seitdem ich youtube macht seit drei vier jahren oder so ich weiß es gar nicht so genau gehört es dazu dass ich euch die settings beibringe ein bisschen zeige was sich vielleicht geändert hat was ihr einstellen können damit ihr einfach bessere ergebnisse in den runden erzielt eine höhere kd erzielen könnt es gibt ein zwei settings die von der beta zum full release reingekommen sind die wo nicht viel darüber gesprochen wurde die unfassbar geil sind wenn ihr gerne besser spielen wollt und ich zeige sie euch jetzt einfach mal an der stelle leute ihr dürft auch gerne like und ein abo da lassen ich habe wirklich fun in diesem cod ja es ist ein dlc es ist keine nagel neue sonstige errungenschaft aber ich kann mich über die maps bewegen ich habe totenstille eine mini map ich habe die gute time to kill es ist einfach etwas was seit jahren cod ausmacht und deswegen bin ich zum aktuellen zeitpunkt sehr zufrieden einige von euch wollten ein paar stats einmal vorab sehen wir haben angefangen ab freitag es ist jetzt montag mittag und wir haben 16 spielstunden 111 spiele signierlang quote ist 1,02 das ist halt sbmm was heftig reinkickt egal ob ihr solo spielt oder im team ihr werdet nie über eine viel höhere kommen außer ihr seid so ein lappen der mit neffen account spielt die können aber sowieso ehrlich gesagt nicht sind auch nur im heulen kd 1,4 was mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht dass die vergleichsweise hoch ist was mit sbmm in mind brackets eigentlich selten in letzten jahren vorkam aber dieses jahr es gibt einfach wieder eine skill gap und man merkt es daran leute die zocken und ahnung haben haben einfach bessere stats und was ich sehr cool finde es ist wieder sehr sehr ausführlich nuke war noch nicht da die wird in den nächsten tagen irgendwann fallen und ich spiele ausschließlich abschluss bestätigt herrschaft aus dem einfachen grund beste methode um waffen zu leveln um überhaupt zu leveln tdm ist absolut langweilig geht zu schnell zu ende also ich bin ganz zufrieden das wird noch ein bisschen besser bei den settings ich habe sehr sehr ausführlich in der beta bereits erzählt warum ich auf 7.7 spiele warum meine settings so sind wie sie sind das heißt auf alle einzelnen punkte werde ich jetzt nicht mehr eingehen und während ich das sage werde ich es wahrscheinlich trotzdem wieder machen also das hier könnt ihr euch auch gerne kopieren das ist keine welt neuheit so spiele ich eigentlich seit zwei jahren cod hier ich bin ja ein großer fan davon mit r1 und l1 zu schießen und zu ziehen es ist einfacher ergonomisch besser kann ich euch nur den tipp gemacht ist controller vibration aus weil wir sind ja nicht in dem kino oder so wo irgendwie alles sich bewegen muss sondern wir wollen gutes aim haben das gute aim habt ihr wenn ihr schießt und euer controller nicht anfängt eure hand durchzurütteln trigger effekt aus brauche ich nicht ich habe gott sei dank immer noch einen von den guten kontrollern die kein stick drift haben ich bin seit monaten auf der suche nach neuen controller hersteller der zu fairen preisen gute controller herstellt leider hat sich mein mein sehr geiler partner damals von heute auf morgen aus dem staub gemacht und da hat sich plötzlich abgemeldet ich habe die controller von denen immer noch und sie halten immer noch wie am ersten tag deswegen deadzone relativ niedrig bitte nicht so was wie aim controller vorschlagen oder so ich finde die preise von denen das mag ich finde schrecklich kein interesse lieber ein kleiner der das irgendwie so macht als sonst wer also hier controller settings passt zielen 77 ich habe im scope 0,75 aus dem einfachen grund dass ich keine hohe empfindlichkeit brauche weil ich sehr selten sniper spiele weshalb ich gerade auf längere distanzen einfach so ein richtig schönes crispy scharfes aim habe und da ist es besser wenn die empfindlichkeit eben etwas niedriger ist als wenn sie höher ist und 77 ist so ein bisschen sweet spot ich habe das gefühl als wenn ich das in diesem jahr vielleicht sogar noch auf 88 setze um ehrlich zu sein muss ich noch mal gucken eigentlich fühlt sich sehr sehr gut an das hier da könnt ihr die multiplikatoren abhängig davon wo ihr seid noch mehr ändern finde ich unnötig brauche eigentlich kein mensch um ehrlich zu sein zielreaktions kurve meiner meinung nach definitiv dynamisch dynamisch sorgt dafür dass ihr direkt am anfang sehr sehr schnell egal wie eure empfindlichkeit ist um switchen könnt was ich als controllerspieler einfach am angenehmsten finde und hat bisher den mit abstand besten oder das mit abstand beste ergebnis bei mir gebracht deswegen dynamisch definitiv so dass hier braucht ihr alles nicht black ops meiner meinung nach bei aim assist der beste aim assist für controllerspieler es fühlt sich wirklich so an als wenn der aim assist bei black ops nicht zu sehr in euer aim reingreift was ihr nicht wollt denn die ganzen schwachmatischen leute die dauernd am heulen sind dass aim assist ja ein aimbot ist die haben sowieso keine ahnung das problem ist wenn der aim assist so stark ist was einige manchmal bemängeln dann verzieht ihr euer aim komplett und das wollt ihr nicht ihr wollt her der lage sein deswegen black ops dynamisch meiner meinung nach die beste mischung die es da eigentlich seit jahren gibt und hat sich auch bewährt dieses jahr bei gameplay ihr wollt euren controller nicht vergewaltigen deswegen automatischer sprint automatischer tag sprint das wollt ihr schon deswegen haben damit ihr vernünftig slide canceln könnt ist so einfach wie nie zuvor da gibt es aktuell ein bug dass wenn ihr slide cancel dass der tag sprint danach sich nicht resettet da hat sledgehammer vorgestern schon gesagt sie arbeiten daran das heißt es wird auch besser hier taktisch sprint verhalten ist ganz normal beim sprint drücken soll schön einfach und schnell gehen wir wollen nicht irgendwie in den controller komplett den finger rein knallen müssen da soll nichts kaputt gehen kein gar nichts sondern einfach instant beim sprint drücken fertig ist das war's klettern am boden das hier ist alles nicht so wichtig um ehrlich zu sein das hier ist eine änderung die wir in der beta noch nicht hatten und jetzt müsst ihr genau zuhören und aufpassen mit dieser änderung könnt ihr entscheiden ob ihr schneller slide canceln wollt oder nicht und vor allen dingen könnt ihr entscheiden was ihr mit eurem button nämlich kreis anfangen wollt ich habe ja buttons auf der rückseite weshalb ich mit der button rückseite slide cancel sozusagen ich kann euch nur empfehlen nehmt nur rutschen hatten einfachen grund der hechtsprung sieht in der cinematik szene vielleicht ganz witzig aus aber der hechtsprung ist eine rein defensive option zu spielen bringt euch offensiv gar nichts der hechtsprung wird noch nie irgend einen irgendwo gerettet haben oder sonstiges ich brauche den hechtsprung nicht ich finde ihn unsinnig und unnötig stattdessen rutschen nur rutschen das heißt anklicken so habt ihr nämlich die option ohne delay direkt zu rutschen wieder zu stehen zu rutschen wieder zu stehen slide canceln brauche ich nicht mehr erklären kennt ihr alle das heißt hier auf jeden fall darauf achten ist nämlich neu ansonsten alle anderen sprint tür ein rennen ja ich will nicht dass wenn ich vor der tür stehe ich sie erstmal irgendwie öffnen muss rutschen bricht sprinten ab das wollt ihr aushaben sofort ausmachen leute macht euch damit nicht wahnsinnig und das hier sind alles noch ganz normale sachen da ist nichts wichtiges ich persönlich habe priorisiere interagieren das bedeutet wenn ich eine waffe nachlade und auf einer waffe steht die zum beispiel unter mir liegt muss ich viereck gedrückt halten damit ich die waffe nachlade und ich brauche nur einmal drücken um schnell eine waffe aufzunehmen in meinem kopf ist es so wenn ich im notfall in einem gunfight eine waffe aufnehmen muss ist es einfacher einmal schnell viereck zu drücken als dann daran zu denken viereck gedrückt zu halten bis er die waffe aufnimmt ob es einen unterschied macht wahrscheinlich nicht ihr könnt es für euch machen alles andere hier relativ unwichtig um ehrlich zu sein stelle c4 detonation ich habe das c4 mittlerweile freigeschaltet es macht spaß ich kann es euch nur sagen ihr wollt schuss um schuss machen ihr wollt ein c4 werfen können doppel viereck gedrückt halten damit es explodiert und fertig ist bei grafik das sind eigentlich wichtige settings meiner meinung nach textur streaming wenn ihr eine vernünftige bandbreite habt nehmt es es sorgt dafür dass ihr viel weniger probleme mit sowas wie paketverlust habt wenn ihr bei telekom seid so wie ich werdet ihr immer wieder paketverlust haben da könnt ihr nicht viel dran ändern das hat irgendwas mit telekom und den call of duty servern zu tun ich kann euch nicht erklären warum in fortnight und so habe ich zum beispiel gar nicht bewegungsunschärfe und waffenunschärfe aus wenn es an ist erzeugt das so ein blöhr effekt und dieser blöhr effekt sorgt dafür dass euch schwindlig werden kann dass ihr kopfschmerzen bekommen kann das ist für die leute die so ein cinematisches erlebnis wollen ich finde schwachsinnig deswegen raus damit bildrauschen auf null tiefenschärfe aus fidelity cis ist nichts anderes als das rendering in der schärfe die ihr haben wollt wollt ihr gerne auf 100 haben das bild sieht besser aus das bild sieht klarer aus ist ein ganz einfacher trick um ein besseres bild für euch zu haben ohne dass ihr irgendwie groß jetzt an eurem monitor was ändern müsst hier öko modus voreinstellung habe ich gelacht als es kam da steht aktiviere stromspar funktionen die helfen den energieverbrauch deiner konsole zu reduzieren optimiere eine reihe von settings um den energieverbrauch die erwärmung und die abnutzung deiner konsole beim durchsuchen von menüs zu reduzieren ich weiß nicht ob es ein unterschied macht oder nicht ich habe es einfach angemacht auf effizienz und dachte mir scheiß drauf so 120 fps wollt ihr haben sichtwelt 117 ihr kennt meine meinung ich habe das gefühl dass der aim assist deutlich schwächer wird wenn ihr den fov höher als 117 macht und für euer game erlebnis und für die art wie ihr spielen wollt empfehle ich euch etwas zwischen 103 und 117 es sieht schneller aus ihr seht ihr ihr fühlt es einfach dass das game schneller aussieht es ist angenehmer zu spielen ihr werdet besser weil ihr euch daran gewöhnt an einen höheren speed den ihr wahrnehmt alles unter 100 sieht so clunky aus der einzige nachteil beim hohen fov ist ganz einfach dass eben charaktermodelle und gegner etwas kleiner erscheinen als mit einem niedrigen fov aber ich finde diese gegner sichtbarkeit in dem game ist top so kamera bewegung wenn ich könnte wie es auf 0 stellen wollt ihr beides auch niedrig haben invertierte blendgranate ist dieses jahr nicht so schlimm ihr könnt es anmachen dann habt ihr erst den dunklen bildschirm und dann wird es wieder heller ansonsten ist es wie ein bisschen wie ein mw2 der bildschirm wenn ihr geflasht werdet wird hell und dann etwas dunkler alles andere hier relativ egal helligkeit sicherheitsbereich kennt ihr ich habe den so klein wie möglich das hat einen einfachen grund umso kleiner der sicherheitsbereich umso näher ist die minimap von links oben rechts etwas zentraler ich schwöre darauf seit jahren und meiner meinung nach ist es auch die beste einstellung hier kopfhörer bass verstärkung für mich gesamt lautstärke ich habe zum beispiel dialog lautstärke auf 0 ich brauche den ansager nicht der mir sagt dass wir b verloren haben das sehe ich selber musik lautstärke könnt ihr ganz ausmachen wenn ihr wollt ich habe sie immer ein bisschen an effekt lautstärke das heißt granaten die gezündet werden magazine die nachgeladen werden und 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 das sind sachen das wollt ihr definitiv hören und deswegen habe ich das eben auf 100 prozent alles andere hier ist ein bisschen für euch wollt ihr es haben wollte es nicht haben ich habe den kompletten das komplette audio von gegnern hier auf der konsole auf lautlos gemacht weil ich da andauernd nur irgendwelche rechtsradikale scheiße höre oder irgendwelche elfjährigen kinder die am schreien sind ich will ehrlich sein habe ich absolut kein interesse daran ich verzichte darauf interface ist jetzt nichts großartiges letzter dicker tipp für euch minikarte quadratisch ist sowieso klar was ihr haben wollt was ihr immer sehen wollt egal ob konsole oder pc ist sowieso besser server latenz und paketverlust gerade jetzt ist es wieder und ich weiß nicht woran das liegt seit drei jahren dass das thema paketverlust und hoher ping mit sbm sehr häufig vorkommt ihr wollt durchgängig eine option haben ganz oben am rand ohne dass es stört dass euch gezeigt wird ob ihr einen guten ping habt ob ihr paketverlust habt wenn ihr einen hohen ping habt paketverlust habt nehmt die runde lasst es einfach geht aus der runde raus sucht euch die nächste runde deswegen die beiden sachen immer an alles andere braucht man da eigentlich um ganz ehrlich zu sein nicht so wirklich und sonst ist hier eigentlich nichts großes wichtiges mehr bei und es wird auch noch ein klassenguide oder sonstiges geben ich kann euch aber eins empfehlen weste handschuhe stiefel und ausstattung ist mit abstand das beste was ihr spielen könnt in 99 prozent der fälle und eins garantiere ich euch leute mit den settings wenn ihr eure empfindlichkeit für euch ein bisschen gefunden habt mit dem nur rutschen setting mit dem slide cancel mit dem movement in dem game wird jeder von euch mit sicherheit noch ein paar prozent rauskitzeln können und wenn es so ist freut mich das lassen leider lassen aber da heute ab 19 uhr auf twitch wieder live